Ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meisterarchitekten und meinen guten Freunden, Frank Amp. Frank! Frank! Ach du Scheiß! Denn damit hier genug Platz für unser Luxusressort haben, müssen wir das alte Herrenhaus meiner Familie abreißen. Wir haben die Sprenganlage jetzt scharf geschaltet. Eine Minute noch. Scheiße. Wirklich war er tot. Nicht so gut. Der Pfeife! Frank! Frank! Versteckst du dich vor mir? Soll mal einer sagen, ich hätte nicht alles versucht. Der Pfeife! Scheiße! Der Pfeife! Der Pfeife! Der Pfeife! Der Pfeife!